Ich bin jetzt hier vor der Entspannungsloge und ihr seht, das Wetter ist nicht so prickelnd, könnte aber schlechter sein, es könnte regnen. Und ja, wie die Loge jetzt vor Ihnen aussehen, schauen wir jetzt zusammen an. Die haben mich wieder zurückgezogen, in die Kabinen runter, weil das Top einfach zu luftig ist, aber ich höre noch zwei, drei Worte zu diesen Entspannungslouchen oder Entspannungsinseln sagen. Von diesen hat es acht Stück auf dem Schiff, auf jeder Seite vier und wenn man diese braucht, kann man leider nicht auswählen, welche man gerne hat, die wird einem einfach zugeteilt. Also entweder hat man dann Glück und ist auf der Sonnenseite oder man hat Pech und ist auf der Schattenseite. Aber ich empfehle euch, wenn ihr so eine gerne möchtet, buchen, buchen das schon von zu Hause aus, weil es, wie schon gesagt, es hat nur acht Stück und die sind sehr schnell weg. Und ihr könnt problemlos bis zwölf Stunden fahren, sonst einfach wieder kostenlos stornieren. Und die Entspannungsinseln sind wirklich sehr gut geschützt. Und man hat oben noch so ein Sonnetag, das man verstellen kann. Und zwei Liegen drin, sie sind sehr bequem, gute oder super Sicht aufs Meer. Und zum Preis noch, die kostet 24 Euro am Seetag und 18 Euro am Hafentag. Das wäre es eigentlich schon gewesen und ich danke euch fürs Zuschauen und ich sehe gerade hier stehen. Tschau miteinander, bis zum nächsten Mal.